Herzlich Willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Wir spielen heute das Kinderlied Kommt und lasst uns tanzen. Es steht im Dreiertakt und wir spielen es auf zwei Arten. Zuerst spielen wir mit jeder Hand das Gleiche. Kommt und lasst uns tanzen singen, Kommt und lasst uns fröhlich sein. Und los geht's. Die rechte Hand liegt mit dem Daumen auf dem Zeh. Es beginnt mit dem kleinen Finger auf dem Geh. Kommt und lasst uns tanzen springen, Kommt und lasst uns fröhlich sein. Sprecht oder singt den Text mit. Und Kommt und lasst uns tanzen springen, Kommt und lasst uns fröhlich sein. Ja, es geht erst abwärts. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 und zum Schluss 2, 1. Ihr erinnert euch an die Technik. Wenn die linke Hand das gleiche spielt wie die rechte Hand, kann man sie drüber ziehen. Dann geht die linke Hand runter, eine Oktave tiefer. Und dann geht die linke Hand runter, eine Oktave tiefer. Zum nächsten Zeh. Jetzt beginnt der Daumen. Drücke auf Hause und spiele mit jeder Hand das Lied für dich ein paar Mal allein. Wenn du soweit bist, dann drücke auf weiter. So, jetzt spielen wir mit zwei Händen. Links der fünfte, rechts der erste Finger. Du kannst jetzt, kommt und lasst uns tanzen, mit zwei Händen spielen. Wenn es mit dem Takt nicht gleich klappt, dann spiele einfach gleichmäßige Noten. Wir werden den Dreier-Takt noch trainieren. Und bis zur nächsten Stunde. Tschüss.